Peggy 18 Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Als alles verloren schien. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Fand ich eine Wahrheit. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor? Und mir wurde klar, was ich werden muss. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor?